Heute bei Max Trails. Das neue DV8, jetzt auch mit Kickstart. Servus Freunde. Ihr seht, ich sitze gerade nicht alleine im Lift. Da neben mir ist noch die Anna und den Tim. Den kennt ihr ja auch schon aus vorhergehenden Videos. Sagt Hallo. Hallo. Perfekt. Ja, und wie man an dem orangenen Lift hinter mir sehen kann, sind wir mal wieder in Cleanovec. Endlich haben wir es mal wieder hierher geschafft. Hallo. Das ist meine Freundin. Das werden ja tolle Aufnahmen. Ich kann euch alle reinnehmen. Dann seid ihr alle drin. Du musst nachher viel schneiden. Und wir haben es endlich mal wieder nach Cleanovec geschafft. Der Bikepack mit meiner Entwicklung, der Entwicklung von Anna und Co. ist echt geil geworden. So langsam packen wir alle Lines. So langsam kann man die Lines auch richtig schnell fahren. Gerade die Enduroline und Co. Tja und nochmal neu ansetzen. Es ist noch sau früh am Morgen. Wir sind die ersten quasi auf dem Lift. Und wir haben auch schon zwei Tage, ne drei Tage hier hinter uns. Und ich habe mir gedacht, komm jetzt am letzten Tag kann man auch mal die GoPro rauspacken. Wir fahren dann erstmal gemütlich und warm. Bedeutet, wir stürzen uns auf die Rubin. Und danach schauen wir uns den Enduro-Trail mal an. Also bis denn. So. Los geht's in die Rubin. Die Anna ist wieder auf ihrem Deviate Highlander unterwegs. Und fährt heute mal hier ein bisschen vor. Und. Und. Ja. Dann schauen wir mal was hier so abgeht. Aber die Rubin ist echt perfekt um warm zu fahren. Wenn man sich. Gemütlich. Eine Runde drehen. Und das ist halt echt ein Flow-Trail. Der seinesgleichen sucht. Aber. Was die Kollegen leider gemacht haben. Wir haben den hier so ein bisschen gepimpt den Trail. Und mit gepimpt meine ich verschlimmwässert. Also diese großen Hügel hier. Die sie überall drin haben. Die man so schön rollen kann. Sind die ja ganz nett. Aber was sie jetzt auch gemacht haben ist. Sie haben jetzt überall Doubles rein gemacht. Die halt. Na. So sehr wie geil sind. So wie den hier. Den kann man halt. Ja. Gappen. Den kann man dann gappen. Hopp. So. Abschnitt ist gesperrt. Dann müssen wir hier die. Umfangung nehmen. Wobei die nicht schlecht ist. Die ist zwar nur geradeaus. Aber die schüttelt einen auch schön warm. Morgens. Schaut auf. Na hab ich den Stein ins Gesicht. Komm. Komm auf die Nase. Ja. Und der Tym von mir. Der ist auch offen. Die geht unterwegs. Aber allerdings nicht wie die Anna. Auf dem Highlander. Sondern der Tym fährt halt das Claymore. Also die richtig. Richtig. Große. Lange. Enduro Race Machine. Und sein Treidehofer hat er kaputt gekriegt. Tim hat eine Nonplus Narbe. Und die hört sich halt schon brutal jetzt gerade an. ne. Hey. Meine Leiden war schneller. Muss ich mir merken. Wie. Da haben wir ein paar Side-Rines. Sind dazugekommen seitdem ich das letzte Mal hier war. Mit Tim ist es jetzt das erste Mal. Den Kino weg. Aber er hat sich gleich in den Bikepark verliebt. Und. Hey. Das kann ich verstehen. Ich finde es ist auch einer der geilsten Bikeparks. Die es so gibt. Jetzt. Hier haben sie jetzt gleich einen neuen Gapjump eingebaut. Der irgendwie ein bisschen sketchy ist. Hier links. Äh. Deshalb fahre ich den. Ich habe den gestern mal genommen. Ich bin dann nach Scheiße aufgekommen. Und dann hatte ich einen Snowmo Crash. Da ist aber nichts passiert. Daher. Alles entspannt. Aha. Simpel durchziehen. Okay. Dann fahren wir weiter. Ist wohl noch nicht warm gefahren. Ah. Der braucht den Schwung. So mit einem kaputten Freiler auf. Kann er nicht treten. Jetzt sind wir auf einem meiner Lieblingsabschnitte gleich. Hier trennt sich der Rubin und der Baron. Rubin die rote Flowline und der Baron die schwarze Flowline. Hier ist das Schild. Und dann geht es runter. hier. Und sagen wir mal so. Hier kommen ein paar Jumps. Jumps am Morgen, vertreiben Kummer und Sorgen. Hopp. Und auf dieser Bergseite ist auch komplett windstill. Geil. Auf der anderen Seite war es schon gut. Windig heute. Jump. Woo. Hopp. Nice. Wuuu. Oh Gott ey. Ich muss die Klappe halten. Das neue Deviate. Jetzt auch mit Kickstart. Kickstarter. Yes. Und jetzt sind wir wieder auf der Rubin. Eine schöne Warmfahrkombi ist das. Hopp. Hopp. Das ist hier echt Tunnelblick. Tunnelblick durch den Wald durch. Straight. Immer so kleine Kurven. Das Bike bewegt sich unter allem. Boah, da fährt man doch gerne warm bei solchen Bedingungen. Die Sonne kommt gerade durch. Und jetzt gleich, hört der Tim hier links einfach die Rubin weiter. Und ich wechsle rechts auf die Baron. Und wenn alles gut klappt, dann sehe ich den Tim von der Baron aus. Und kann ihm zugucken. Jetzt mich auf der Baron. Hopp. Tim zirkelt auch noch irgendwo im Wald vor sich hin, unter mir. Ein bisschen Schwung habe ich schon verloren. Ich muss ja einmal berg hoch fahren. Aber mal gucken, ob ich den noch einhole. Immer mal wieder sehe ich seinen Helm da unten hervor lugen. Ah ja. Steinfeld. Kurve. Drop. Da unten ist er wieder. Wuhu. Das ist ziemlich cool, dass hier die zwei Lines nebeneinander laufen. So, hier kommen alle Lines zusammen. Die Rubin. Der Baron. Und die Asur. Und dann wird jetzt hier gemütlich runter gedümpelt. Alter Fall. Da seht euch mal diese Schlangen hier an. Unglaublich. Zwei Menschen sind vor mir. Dann kenne ich die auch noch. Junger Vater ist das windig. Ein paar Skinnies mit Gegenwind. Und hier geradeaus, da wo das große Downhill Schild steht. Das ist Gegenwind. Da geht es zur Enduro Strecke. Hier geht es los. Und reintreten. Alter ist das ein Wind. Oh Gott. Zieht der an einem. Oh Gott. Da fängt man ja alles zu kurz hier. Seitenwind. Oh Gott. Jo, das war nicht mein Plan, dass es so windig ist. Aber trotzdem. Enduro muss jetzt erstmal sein. Hopp. Race Tuck. Race Tuck. Race Tuck. Hopp. Uh. Da hebt man ja fast ab. Also nur durch den Gegenwind. Oh. Letzt ein kleiner Gap. Oh. Tieter der Wind. Oh. Seitenwind. Oh. Bin ich froh, dass es jetzt in den Wald geht. Ah. Mensch, der Tim auf seinem D-Welt legt hier ein Tempo vor. Ah. Hier gibt es noch so ein kleines Gap. Das habe ich mir noch nicht getraut. Da war immer jemand, der mich rüberzieht. Hopp. 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 Aber das ist auch eine richtig schöne Enduro Strecke. Also andere Bikeparks, so wie in Willingen, haben ja auch so eine Enduro Strecke. Aber das hier ist einfach eine Liga für sich selber. Finde ich irgendwie geiler. Vor allem hier ist noch mal richtige Loom-Abschnitte. Und jetzt haben sie hier auch so einen Rockroll drin. Haha. Alter Falter. Nächster Abschnitt. Los geht's. Also der Tim, der kann ja auch schon echt gut Boden gewinnen. Geh, guck mal von mir. Da muss ich mich echt dran halten. Aber hier nehme ich immer die Highline. Und Tim nimmt immer die Lowline. Und hier nehme ich die Rechte. Hopp. Und hier haben wir auch noch mal unterschiedliche Line-Choices. Das ist das hier noch nicht. Also, Tim fährt geradeaus durch. Ich fahr links und nehme komplett andere Line. Zack, zack. Der kann mich besser dann um diesen Stein rum. Macht mich zwar nicht schneller. Und jetzt kommt hier noch ein Drop to Slap. Wow. Es gibt auch eine Umfahrung. Die fährt Anna gerade. Mega. So, das ist ein Abschnitt. Der gibt noch gar nicht so lange. Der ist auch ziemlich staubig und sketchy. Hier gibt es auch noch mal so ein paar kleine Schritte. Aber weil der so loose ist, ist der hier schon echt eine harte Nummer. Ich sag mal auch so. Die Endurolein selbst, die ist anspruchsvoll. So, die ersten zwei Etappen der Enduro sind rum. Jetzt wird noch mal eine Schippe draufgelegt. Das heißt, dass es definitiv keine Line, wo man mit Fahranfängern raubt sollte. Das ist immer alles relativ ruppig. Und sie hat ein paar Schlüsselstellen. Die zeige ich euch gleich mal. Jetzt ist erstmal so. Wurzel, Wurzel, Wurzel. Hat halt überall so diese kleinen Drops drin. Die kann man zwar wach, theoretisch rollen. Aber will man das wirklich. So, Wurzelfett. Und jetzt kommen wir zu einer dieser besagten Schlüsselstellen. Hier muss man sich erstmal durch diesen Wald eine Line finden. Und wenn man dann eine hat. Und hier um die Linkskurve kommt. Jo. Geht's auf einmal runter. Popopopom. So. Das sehen wir über die Steintreppe sind. Teilt sich hier der Trail. Und anstatt diesem Originalfett nehmen wir den links. Das ist nämlich fast. Also, der ist schon gut befahren. Aber es hat schon irgendwie mehr was von einer Enduro Strecke. Und weniger was von einer Doppelstrecke. Mit so lauter Stufen und so. Wurzeln. Wurzeln. Eng. Und wenn? Wurzelstufen. Keine Holzstufen. Genau. Hier kommt schon parallel die andere Line. Aber wir fangen hier noch ein bisschen so lange wie es geht auf der anderen. Und jetzt sind wir wieder auf der Original. Also viele fahren hier auch mit dem Downhiller. Und ich kann die Leute verstehen. Das ist schon eine roughe Strecke. Nächster Abschnitt im Büro. Hier gibt es auch noch so ein paar Sachen. Wie so ein kleines Bach Gap. Wo ich bis jetzt immer sage. Thank you, but no thank you. Da mache ich lieber meinen Reifenarzt. Und versuche mit der Tim herzukommen. Der ist schon wieder ein Tempo vorlegt, der Boy. So. Jetzt kommt hier nochmal eine böse Steinstelle. Oi, Tim, lebst du noch? Hopp! Ja, Tim Lecker hat halt echt für alle was zu lieben. Von Anfängern bis zu Leuten, die sich challengen wollen. So. Und gleich kommen wir an das letzte und schwerste Feature. Hier kommen auch die Downhiller zusammen mit der Duoline. Das ist die Strecke. Ja. Und man echt gucken muss, wo es lang geht. Oh, da kommen jetzt gerade mal zwei. Die sind auf Downhill-Bikes unterwegs. Huiuiui. Huiuiui. Oh, die ist challenging, die Strecke. So, und jetzt sind wir dran mit dem Feature. Ja, und das ist jetzt der Auslauf quasi. Sowohl von der Downhill als auch von der Enduro-Strecke. Das heißt, hier kommen auch noch die ganz starken Mountainbiker dazu. Huiuiui. Huiui. Haha. Und schon jetzt mal wieder unten am Trail Café. Oder Trail Bar. So, Freunde. Jetzt bin ich endlich mal dazu gekommen, euch den Enduro-Trail zu zeigen, den es hier in Klino weg gibt. Und, oh, ich sag mal, kein Anfänger-Trail, aber sehr, sehr belohnend. Wenn man ihn runterkommt und am Ende in irgendeinem kleinen Restaurant rauskommt. Ah, das ist einfach schön. Vor allem, der hat halt echt Charakter mit den ganzen unterschiedlichen Gegebenheiten. Oben eher schnell mit den kleinen Jumps, die noch parallel zur Downhill laufen. Einfach saugeil. Ich bin super froh, dass ich heute Tim hinterher fahren konnte. Und auch Anna auf der Warm-Up Lab. Das war einfach ein saugeiler Tag. Wie immer findet ihr unten in der Videobeschreibung den Link zum Bikepark. Und ich freue mich natürlich über jedes Abo und jeden Like. Also, bis zum nächsten Trail. Cheers! Genau, den Enduro-Trail, weil die anderen, ne, sind illegal. Fahren wir wirklich Enduro nach, Rubin? Warte, warte, warte. Sag nochmal. Spast!